Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Minecraft Minigames und wir spielen wieder suchen und finden und ich muss jetzt mal überlegen Wenn er jetzt mit dahin kommt, jawohl, wenn er jetzt sich mit dahin steckt, er steckt dich Jawohl, eigentlich fällt das jetzt nicht mal so auf, ich bin gespannt Eigentlich eine coole Idee, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die jetzt hier gleich reinkloppen werden Problem ist ja auch immer, ich denke mal die Leute, die die Maps halt 5 Milliarden mal spielen am Tag Die sehen das natürlich sehr schnell und ich habe ein bisschen die Hoffnung Dass sie das nicht sehen, aber ich finde das irgendwie cool, dass der Typ von Dass der Typ einfach mal von 2 Büschen verfolgt wird, das ist so geil Warum nicht, ne? Warum denn nicht? Ähm, okay Oh, 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 da wird geschlagen, oh oh Wie die da alle rumhüpfen Ja, klar kommt, boah, ich dachte schon Ich würde ja auch gerne draußen jetzt rumlaufen Aber ich habe irgendwie Angst, dass ich der Erste bin oder einer der Ersten Bin, der jetzt Gefunden wird, okay Aber hier ist ja noch ein Block, ne? Warte mal, irgendein Block hat sich doch hier auch noch hingestellt Ah, okay, ich weiß wo Da Wollte euch das gerade zeigen, aber ist ein bisschen schwierig Da Ich glaube da Ich glaube da Hat sich ein Block, äh Hingestellt Oh Ich bin mal gespannt, ob die, ähm, bei uns reinkommen Bin ich mega gespannt drauf Also wir sind zu dritt hier, ne? Die könnten hier drei handen Aber ich glaube, das ist so normal hier, dass man, ähm, irgendwie Den Jägern hinterherläuft Okay, acht So, fünf sind noch draußen irgendwo Und drei sind immer noch hier Hallol Okay Okay, nur noch drei draußen Wenn die hier einmal reinkommen, haben die gleich drei Ich bin, ich bin gespannt Alter übelst übertrieben Oh nein ich wusste jetzt kann ich mal Hab auch mal nicht wusste nicht mal wie ich aufstehen kann Alter wir sind hier auf einmal auf die idee gekommen dass wir alle da drin sind Hier war da noch einer oder? Hä? Irgendein Block fehlt doch hier glaube ich noch Wo war Wo war der jetzt? Hä? Ok Das ist natürlich doof wenn er sich bei uns mit versteckt und ähm Ja wir wissen wo der ist das ist natürlich ein bisschen anlagig für ihn Aber so ist es im Krieg und in der Liebe sooo Hallo Hallo Ah Game over ok Haben wir nicht geschafft ich hab gar nicht gesehen wie viele am Ende noch überlebt haben muss ich ganz ehrlich sagen Darauf habe ich jetzt eigentlich null geachtet Drei Blöcke hat er getötet ok Am längsten versteckt und die meisten Überro Ok So ich bin jetzt mega gespannt was ich jetzt bin Mal gucken Mal gucken Ok Komm Wir versuchen es mal Ich hoffe natürlich dass wir jetzt irgendwie In der Map haben mit viel Grünzeug Warte mal wie hell bin ich? Ok Warte mal werde ich jetzt so dunkel wenn ich mich hier hinstelle? Oh ne krass Ok Ähm Ok Das musste jetzt mal What the fuck Die sind doch alle hier Hm? Scheiße Warte mal Ne ich bin wirklich heller ne Wie asozial ist denn das? Ich weiß gar nicht wo wo es hier ist Warte mal Oder komm ich mir selber nur heller vor und ich bin eigentlich dunkler Kann natürlich auch sein Aber ich habe irgendwie das Gefühl dass ich wirklich heller bin Es ist aber die große Frage wo gibt es hier so helles Zeug Bis dahinten ist alles dunkel Das fällt nicht auf wenn ich mich hier Ach guck mal hier hä? Hä? Ok Öffnet man damit irgendwas? Ne Ich finde das so geil Hier einfach mal das Stroh rum läuft Warum läuft hier Stroh rum? Warum habe ich eine Maske auf? Sorry der musste jetzt einfach sein So guck Wir gucken mal So hier ist die Map zu ne Aber ich wollte gerade eigentlich hier rein Och alter erschreckt mich mal nicht so Ich verstehe das gerade Wo sind die? Wo ist der Sucher? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl dass er gar nicht sucht Dass er irgendwie afk ist aber weil er keinen Bock hat zu suchen Obwohl die Map muss man auch sagen die ist aber auch gigantisch ne Das ist richtig scheiße Ah doch doch der sucht der ist da hinten Da 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 So wir beobachten ihn mal Vor allem hinter dem laufen übelst viele Blöcke rum Das ist so asozial Haha Ah geil Schlagt auf ihn ein Haut auf ihn Oh aua Oh Ist das asozial Oh Alle hinterher Lu 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 Boah ist das asozial Geil Hey Hey Okay Jetzt ist er wieder am spawner oder was? Ich wusste gar nicht dass der Sucher sterben kann Aber es ist geil wie sich jetzt alle hier wieder zum Block gemacht haben Komm weiter geht's Dann müssen wir noch mal suchen und schön auf den Einknüppeln Wir haben noch sieben Ah scheiße schaffen wir nicht mal Ich finde es halt so witzig, wie die alle hier rumlaufen. Ja, ich gucke genau in die falsche Richtung. Alles klar. So doof, ne? Die meisten getöneten Blöcke 0. Oh, geil. Kann man stolz auf sich sein. Man hat 0 Blöcke getötet. Und mein Sohn, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe in Minecraft Blöcke getötet. Hat voll Spaß gemacht. Ach, sonst nichts aus deinem Leben gemacht? Nö, das war's. Ich habe nur Blöcke getötet. Ach komm, versuchen wir es mal. Jetzt kommt bestimmt so eine Map ohne Wolle. Obwohl, man kann sich natürlich auch, äh, zu so einem Schneeblock kann man sich ja auch, ähm, gesellen. Und hier ist kein Schnee, oder was? Ja, das ist ja, äh, grandios. Ha, scheiße. Ich dachte, wir hätten so eine Map, wo hier vielleicht ein bisschen Schnee liegt. Ja, okay, obwohl, hier, gucke mal. Hier können wir die Couch wieder reparieren. Aber, komm, Fettsack. Geh da durch, so. Puh. Oh, fuh. Pfui. Boah, ich hatte jetzt ohne Mist, dass der jetzt hier so hochkommt. Der eine, ähm, hat keinen Bock. Das ist immer voll schade für, ähm, für die, die, ähm, Fänger. Allgemein, wenn, wenn die dann einfach aufhören, äh, weiter zu spielen. Nur weil die jetzt, äh, ne, weiter sich verstecken können. Oh, oh. Boah, Alter, was für ein Lack, dass ich jetzt da rausgegangen bin. Oh, geil. Eigentlich müsste man jetzt eiskalt. Das mache ich jetzt auch klein. Das ist ein Durchgang hier, ne? Nee. So, mal gucken. Also, ob der mich jetzt gesehen hat. Boah, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der mich jetzt gerade gesehen hat, oder? Ah, dann würde der ja hochkommen, ne? Ich glaube, der hat mich gesehen. Boah, fuck, Mann, das ist knapp. Das hören die, glaube ich, auch, ne? Wenn man sich dann stackt. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Oh, fuck, sind das jetzt schon neun Stück? Ey, neun Suche. Zehn. Okay, ja gut, die sind jetzt eigentlich hinterher gerannt. Oh, oh. Oh, fuck. Scheiße. Ah, scheiße. Scheiße. Da, in die Falle gerannt. Oh, Mann. Ja, gut, da wollte ich mittel zu viel. Das war doof. Da wollte ich einfach viel zu viel. Mann. Alles deine Schuld. So, aber hier oben ist eigentlich, Kinder. Wieso laufe ich eigentlich wieder hier oben? Ja, der Verstecker. Der hat es gut gemacht. Wie kriegt man eigentlich, äh, wie kann man jemanden verspotten? Mit dem Schwert? Also, wenn man auf den draufhaut oder was? Weil man hat ja keine Sachen, die man machen kann. Also, Geräusche oder sowas? Go, Mick. Go, Mick. Chinatown. Ähm. Na gut. Versuchen wir mal. So. Also, ist das dieselbe Map von... Ne, ne? Oder? Okay, das fällt ein bisschen auf. Ah, ha, 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 ha. Ha. Hier könnte man sich hinstellen. So ist es ja okay, ne? Nicht? Nicht? Wie läuft der nackt rum? Das sieht voll so aus, als der nackt rumläuft. Das hier oben ist ja mega cool. Hat man hier eine... Ja gut, von hier aus kann man ja so... Hüb. Hier hat man eine coole Escape Chance. Und man sieht hier alle... ...Sucher. Das ist cool. Kommt man da hoch? Ne, ne? Oh, fuck. Ich ste... Au, ja, ja, ja. Ich glaube, höher kommen die, ne? Ha! Geil! Ha, wie cool ist das denn? Okay, das ist... Das ist nicht schlecht hier oben. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Party hard, party hard. Ich mach mal die Schnee da. Party hard, party hard. Ich möchte es. Ey, das ist übelst geil. Ich hoffe, hier kommt gleich einer. Den kann man so einfach hier dann so runterkicken. Hä? Oh, scheiße. Wie ist denn der da hingekommen? Oh, nee. Hä? Scheiße. Das ist ja jetzt echt ein bisschen... Ach, fuck. Man kommt... Oh, nee. Der Blöde, oder? Erleckt mich doch. Das hab ich halt null mitbekommen. Also, ich auch... Wie komm ich denn da hoch? Hey, fuck. Wie komm ich hier hoch? Ey, scheiße. Jetzt mal ohne Spaß. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Ey, das nervt mich gerade übel, ne? Der Typ triggert... So. Hab ich den jetzt? Wie komm ich denn da hoch? Ey, aller, triggere mich mal nicht so. Boah, der Typ nervt mich jetzt schon, ne? Ich hab keinen Plan, wie ich da hochkomme, ne? Absolut kein Plan. Wie komm ich da hoch? Wie hat er das geschafft, da hochzukommen? Ich hab absolut keine Idee, wie ich da hochkomme, ne? Das ist gerade so nervig. Pieser. Ach, von hier? Nee, hä? Stehe ich immer noch nie wieder. Ach so. Ach, bin ich doof, ey. Oh, Mann. Ja gut. Ja gut, aber... Wir haben es gemeistert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis dann! Tschüss! Bis dann!